Seas und Willkommen zurück zu Russian Fishing 4 und das jährliche Geschenkestippen. Also das Geschenkestippen habe ich jetzt alleine gemacht. Erstaunlicherweise habe ich da echt nicht lange gebraucht. Also gestern zwei Stunden, ein bisschen mehr als zwei Stunden. Heute eine Stunde eine gute. Und dann anfangs gleich mal, heute, also gestern sieben oder acht Geschenke gestippt. Heute habe ich angefangen und drei Geschenke hintereinander gleich rausgezogen. Genau, so, dann schauen wir uns die doch einmal an. Moment, Moment, erst einmal schauen. Okay, erst die blauen. Ich will das so ein bisschen nach der Reihe machen. Blau, grün, rot. So, blau, grün und dann rot. So, fünfmal den blauen hier. Happy Hook, ja. Nochmal Happy Hook, also ein Sechzehner, ein Fünfzehner, Maisbrei, Eierteig, obwohl man, Eierteig hat man ja so wenig, uh, Kirschbaumholz, das ist ja mal was. Es ist schön. Dann grün und dann rot. So, dann haben wir hier. Kasten mit Glocken. Wo sind hier die Glocken? Oder heißt das Bier so? Ja, wie wird es schon so heißen dann? So, einmal ein Sixpack, dann nochmal ein Sixpack mit Cola. Und dann haben wir noch, yay, eine Käsebox, Nom Nom mit Schmelzkäse, ist da glaube ich drin. Dann haben wir noch ein Sixpack. Woodman. So, dann. Zehner Taufel Schokolade. Gut, jetzt muss ich nochmal nachschauen. Also, blau gestreift, grün gestreift, rot gestreift. Okay, gleiche Reihenfolge. Blau, grün, rot. Oh, hier. Blau. Eine Schnur, 15,6 Kilo. Und zwar ist es sogar eine geflochtene, normalerweise. Blau, grün, rot war es. Da haben wir dann einen Hunter, schön. Oh. Schön, schön, schön. Äh. Jetzt. Dann rot noch. Gorillka mit Pfeffer. Okay, das schaut nach Schnaps oder Rum aus. Wahrscheinlich Schnaps. Oh, Chili hinten, nicht Pfeffer. Chili ist das. Hm. Schaut wieder interessant aus. So. Jetzt haben wir die zwei und das sind dann die Premiums. Aber ich muss nochmal schauen hier. Ja gut, blau, grün. Hätte ich mir ja denken können. Und dann ist es... Dunkel, lila und, äh, keine Ahnung, Rubin. Äh, Geschenke. Blau, grün, habe ich gesagt, gell? Schade, dass nicht drinsteht, was alles drin ist. Also wahrscheinlich, genau, Traumfischgutschein. Und jetzt kommt einmal Premium. Mal schauen, drei oder sieben. Drei. Ist klar. Dunkel. Und das war's. Okay, einmal einen Wein. Genauso wie letztes Jahr. Und... Und... Trommelwirbel. Oh. Champagner. Also ich denke, dass das Champagner ist. Sekt oder Champagner. Eieieieiei. Lebensmittel, genau. Da habe ich nämlich hier das von letztem Jahr noch. Das ist gleich geblieben. Das Cola ist auch gleich geblieben, wenn ich's finde. Sex, genau. Ähm, da... Jetzt weiß ich nicht, war das eine oder zwei Flaschen? Weiß ich jetzt gerade nicht. Monschein... War... Vielleicht letztes Jahr drin. Ich weiß es gerade gar nicht. Ja, genau. Haben wir zwei dazubekommen. War auch von letztem Jahr. Und der hier, glaube ich, auch schon von letztem Jahr. Ja. Das ist neu. Das hatte ich letztes Jahr, glaube ich, nicht. Und das hatte ich letztes Jahr auch nicht. Oder? Nee. Ja, das war's dann eigentlich schon. Genau, äh, was ich noch zeigen wollte. Äh, Auszeichnungen hier. Oh, schön. Das schaut ja richtig nice aus. Neujahrspreis. Krass. Krass. Und sogar, ja, hier sieht man's sogar, da hab ich zwei Tage länger gebraucht, als hier. Sehr schön. Gut. Dann würde ich sagen, war's das jetzt schon wieder hier. Und, ähm, das nächste Video werde ich wahrscheinlich auch am Bernsteinsee machen. Ähm, weil da auf, äh, 83, 145, wenn's, wenn ich mich nicht täusche, hab ich letztes Mal, ähm, ganz gut, also das Level Up hab ich auf jeden Fall gemacht, auf Level 35. Und da geht's gerade, äh, ist bei mir gerade auf, äh, würziger Pfirsicht gegangen. Und da werde ich noch ein bisschen rumtesten und dann vielleicht noch einen Allspot-Video machen. Also, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Servus. Servus. Servus.